Mann, jetzt hast du gelacht! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part LachflashTV. Hey, der heißt Fanatic. Kennst du das, wenn Hunde so niesen? Vergleichst du dich jetzt mit einem Hund? Ja. Sehr schön. Äh, ja, wir spielen LOL. Äh, Aram. Mit, mit Bernd. Und wir hoffen, dass es eine kürzere Runde wird, damit wir die hochladen können. Einen Moment. Meine Fresse. Wer dem am Abhusten ist und denkt, man hört die nicht, wenn er sich wegdreht. Ja, man hört die nicht so aufzugleichen. Hängt sie komisch aus. Ich wurde bearbeitet, oder? Ja, glaub ich auch. Ich bin dunkler. Ich bin da, Carter. Keine Panik. Ich opfer mich für dich. Das ist gar kein Problem. Ola finde ich ja cool. Ja. Mit dem gewonnen. Die können heiten. Was können die heiten? Heilen. Was soll denn heiten sein? Ja, weiß ich nicht. Irgend so ein cooler Fachbegriff für Weltmeisterschaftsspieler-Gucker-Boys und Girls. Die Bernd heißen. Auch die Girls. Was laber ich? Ja, das frag ich mich allerdings auch. Ey, was soll das? Warum machen die das mit mir? Hallo? Warum haben die das mit mir gemacht? Das fand ich richtig gemein. Was? Ich bin Master Yi. Ja, und du wirst schlechter sein als ich. Oh, bitte nicht. Das wird peinlich. Ja. Ich bin nämlich Jörner. God's Jörner. Ich rüchte sie sogar immer mein Schild, weil ich so nett bin. Warum flasht Katharinchen? Katharina. Katharinchen. Na. Rienchen. Warum kriege ich den Kiel denn nicht? Weil Rienchen den bekommen hat. Ich hab doch schon mal gesagt, ich kann wegen Leute nicht mein Kind, wenn ich eins kriegen soll, die uns nie mehr Katharina nennen. Ja, und nicht Jörner. Oder Sohn. Ja, Jörner. Oder Namen. Falls du das so hart hast. Ja. Oder Alistar. Meine Tochter Alistar. Sie heißt mit dem einen Namen Alice und mit dem zweiten Namen Tar. Ja, schau. Weißt du, der Champion auf Aram richtig useless ist? Hm? Bart. Hm? Der bringt's überhaupt nicht. Du willst ihn hier mit dem machen. Ja, du kannst... Nur deine Ulti kannst du gebrauchen. Du kannst auf Aram mit Bart nur trollen. Ja, du kannst auf Aram mit Bart. Ja. Warum macht ihr das? Ja, warum tötet ihr nicht? Wie? Alle. Ach so, wie sollen die töten ja dann? Geh mal rauf. Ja. Aua. Ich bin raufgegangen. Raufgegangen. Du bist alle getroffen, Alter, bis auf die Blöde da. Nein, ich bin doch gut. Gut, WestTV. Eins gibt es. Stimmt. Wird auch schade Schokolade, Elfie. Nein! Das war so knapp. Hey, Bernd, viele meine ich, Alter. Ich stehe 1-1. Wie stehst du? 0-1. Ende der Diskussion. Das stimmt gar nicht. Ende der Diskussion. Ich bin Bernd. Ich beende jetzt mal die Diskussion. Ich wollte das. Wie ein Seehorn. Wie ein Seehorn? Ja. Was ist denn ein Seehorn? Ein Schiffhorn. Weißt du, so. Ein Seehorn. Eine Mischung aus Einhorn und See, oder was? Eine Mischung aus Einhorn und Seepferd. Oh mein Gott. Ich verstehe das Problem. Das ist doch ganz eindeutig, oder nicht? Utschi, ein Seehorn. Oh. Das wäre meine Doppeltötung gewesen, aber leider habe ich nichts bekommen. Oh, ich wollte nicht einackieren. Okay, Katja, leider. Was soll das? 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 Katja, komm mal her. Katja. Bei Fuß. Katja. Komm her. Katja. Hey, komm her. Komm her. Komm her. Fein, ja fein. Mann, der Arm ja nicht abbekommen hat. Das war jetzt irgendwie mehr Farben als Klatsch. Ja, deutlich mehr. Oh mein Gott. Ich werde dieses Geräusch und das von vorhin zusammenschneiden. Das wird dann unser Intro-Geräusch. Ja, ganz bestimmt. Das wird unser Intro-Geräusch. Pop, 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 pop. Das sagt einfach alles über die Qualität unserer Let's Plays. Ja, und beides hast du gemalt. Was? Beides hast du gemalt. Ja. Das stimmt. Katharinten. Katharinten. Wieso? So läuft das. Kuh-Mehrfach-Tötschung. Na klar. Du wärst gestorben mit so'n Schild ich gehabt. Wer soll sonst tanken? Der? Oder der? Die zwei Tanks? Nein, nein. Die zwei Full-Life-Tanks? Nein, nein. Jana tankte. Nicht so schnell, Mama. Ich hab noch nie mit diesem Schild einen Turm abgesichert. Kein einziges Mal. Ich hab... Ich mein, wenn das keine Absicht war. Was war der Plan? Ich mein, warum sollte sie sich da hin ehen? Tschö-Gart nie, Mama. Tschö-Gart nie. Tschö-Gart immer. Er ist nur in der Aufnahme. Hashtag professionell. Hashtag Hoganer. Mit sowas muss ich arbeiten. Hallo. Damit wirkt man sympathisch, menschlich und kommt den Zuschauern näher. Ja, oder man wirkt einfach, als ob man Hunger hält, ja. Loll. Opfer. Hashtag Opfer. Hashtag Bernd, Hashtag Off. Hashtag Katharina hat das Spiel verlassen in einem Satz. Das in einem Satz gehört auch noch zu dem Hashtag. Soll es. Nenn so bitte die Folge. Warte. Hasht. Ich glaube, der Titel ist zu lang. Oh, Katharina hat das Spiel nochmal verlassen. Hashtag Katharina hat das Spiel. Verlassen 2. Oh, den habe ich nicht bekommen. Schöne Ulti. Schöne Ulti. Ja. Derjenige. Nein. Nein. Wie grün die war? Ich bin ein Zit. Warum sind wir denn jetzt so wenige? Das stört mich. Der Katharina auf K. ist. Das stört mich, aber... Kann ich die noch retten? Ah, da warst du noch. Aha. Könnt ihr das mal sein lassen? Jetzt schützt doch den Turm und ich dich selber. Ach ja, das kann ich ja. Mach die Möwe auf die Taube. Elefant. Das ist ein Zephyr. Das ist ein Zephyr. Na, weiter. Sturm. Das ist eine Taube. Oder ist es? Es ist eine Taube. Tauben sind aber beschissene kleine Drecksviecher. Das wäre lustig, wenn du jetzt Taubenflügel heißen würdest. Hashtag Taubenliebe. Hashtag Taubenliebe. Also ganz ehrlich, Tauben kacken einfach nur auf alles. Ja und, so wie Menschen. Nur halt, ne, aber nicht bildlich, also nur bildlich. Ja, aber bildlich ist mir das ehrlich gesagt deutlich lieber. Nö. Nein. Braucht es. Ja, wenn die schnell durchmachen, dann kann ich den Part hochladen. Oder. Oder. Ach, so ne Scheiße, aua. Ungewohnt, dass mir jemand dabei zusieht, wie ich spiele. Gefällt mir gar nicht, hört auf, der Zug zu gucken. Vor allem, wenn ich schlecht bin. Sonst haben sie immer nur gesehen, wie David gespielt hat. Wie einfach mal schon zwei Tüme von uns haben und wir noch nicht mal einen. Ich rette dich, ich rette dich. Ich rette dich doch nicht. Bernd, 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 Bernd. Ja? Komm doch mal her, ich kann nicht an dich. Hattest du mein Schild nicht gehabt, ne? Wo ist Nami? Alles wäre verloren gewesen. Nami! Sie kommt, schreibt sie. Kriegst du die hin? Nein, das ist kein Penta. Ach. Hattest du eigentlich erwartet? Nein, aber es wäre trotzdem lustig gewesen. Vor allem, das krasse ist einfach, ich habe nicht mal ein Item, das guck dir das mal an. Dann komm her. Ja, 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 ja. Danke. Wurde gehalten. Aua. Könnt ihr mal dien? Oh mein Gott, ihr weh. Na, jetzt ist er vielleicht nicht wegkicken sollen. Echt? Ja. Ich wollte dich selten, Frau. Ja, danke schön. Hast du ihn gesehen? Der war meins. Mhm. Au! Wie lang spielen wir schon. 14 Minuten und 33 Sekunden. Okay, wir haben noch 6 Minuten Zeit, damit es nicht eskaliert. Ich hörte die, der Part, äh, der Part. Die Runde geht jetzt irgendwie 80 Minuten oder so. Oh, Kata ist wieder da. Wow. Hashtag Kata ist wieder da. Mhm. Oh. Ich kriege sie nur einmal einen Hashtag. Nein. Siehst du, wie ich lebe? Siehst du, wie ich tot bin? Scheiße, was wollte ich mir jetzt noch nicht holen. Gerade voll die geile Idee. Ich gebe ihm das. Und dann mache ich den da. Die Rüstung? Wir haben keine Rüstung, ne? Fuck. Was wollte ich mir denn gerade holen? Den wolltest du. Das wollte ich mir holen. Weil es ist ja traurig, dass wir das verlieren, ey. Ich möchte das eigentlich, man kann das ja verschieben. Das wurde, wo das Mikro, Mikro und Aufnahmesymbol ist. Das müsste ich eigentlich in eine andere Ecke machen, einfach. Dann könnte ich die Zeit sehen. Das ist genial. Was denn? Das ist genial, habe ich gesagt. Dass ich das verschieben kann? Was auf die Idee gekommen ist, was du machst. Aber wenn jemand vielleicht... Wo bin ich? Was? Irgendwo. Nirgendwo. Ich mache einfach mal alles, was ich habe. Sobald ich es habe. Save dich, Freund. Ich weiche aus. Ich drücke W. Ich drücke E. Ich drücke Q. Ich drücke E. Ich rette. Ich mache den. Ich fange das auf. Ich rette Kater. Ich glaube, Kater killt. Ich drücke E. Läu. Traum. 95 Zentimeter Bizeps. Prüft. Lass uns jetzt bitte beenden. Das werden wir nicht schaffen. Unverdammte Axt, ich muss doch die Aufnahme beenden, der Part wird sonst zu lang. Kackjes, ich wollte dem gar nicht das Schild geben. Kackjes TV. Kackjes TV. Kackjes TV. Sam und Olaf immer vor. Tank ist und vorregen sollte. Das finde ich nicht cool von ihm. Oh, jetzt wird schief. Iiiiiiiim. Oh, Jesus Christ. Ich save dich. Ich save dich. Ich save dich. War vielleicht nicht der beste NG. Ich save mich. Ich save niemanden hier mehr. Ich kack ab. Ich mach das schon. Ich mach das doch nicht. Oh, das ist was ich. Oh. Manius Bogosini, ne? Ist so richtig fail. Wie sie einfach keinen Schaden kriegt von Turm, oder so. Mit überbewertet. Los, Yi! Mach den und das und diesen. Huiiii, sah cool aus. Das ist ein dicker Poro. Ein bisschen dick zumindest. Wie du wieder übertreiben musst. Die Kater wieder übertreiben musst. Die Kater nicht übertreiben darf. Ich muss hier mal wieder save. Was ist denn jetzt hier los? Ich werde nicht zurückgebockt. L-M-A-O, Mama! L-M-A-O! L-M-A-O! Ausgeweicht. Kinder bei uns auch immer. Ich habe ausgetrinkt. L-M-A-O! 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 Wozu denn eigentlich Lich Bane auf Janna? L-M-A! L-M-A-O! Bis schon sein, was ich zu tun hast. Leber nicht ankommt, so die irgendwie. Keine Ahnung. Frosthammer oder sowas, gekaufst. Das wäre doch ziemlich egal, wie eigentlich sein soll. Der kommt jetzt nicht. Hopppunkt sich. Ja, ges soft. Sag ich schon mal. Hydra hole ich mich jetzt! Ich werde gleich attackiert vom Tower. Go! Aua! Kann er nicht dumm sich tanzen? Ist ja deutsch. Kann er nicht dumm sich tanzen? Guck mal, bei 21 Minuten. Hat sie doch gar nicht mal schlecht aussehen. Wir werden jetzt nicht beenden an heute. Panty, du schaffst es. Panty, du schaffst es. Das ist nicht euer Ernst. Los, warum? Wann soll ich das denn hochladen? Ich hab keine Zeit. Mein Upload schafft es nicht. 20 Minuten sind schon die Obergrenze, wo ich mir denke, oh fuck, da muss ich länger aufbleiben. Ich muss es ja nicht bis morgen hochladen. Ich muss es morgen hochladen. Oh. Donnerstag komme ich erst um sieben, beziehungsweise halb acht, da habe ich ja sowieso zu wenig Stunden. Freitag bin ich gar nicht da. Montag muss es da sein. Sonntagabend habe ich auch zu wenig Stunden. Und wenn ich es Montag mache, kommt es Montag 23 Uhr und das ist ja nicht der Sinn. Wenn ich es morgen nicht schaffe, hochzuladen, müsst ihr einfach noch mal ein Doi-Part zusammen machen. Ah, nein, ich bin zu langsam. Okay, Panty, okay. Nein! Ja, jetzt wollte ich es versuchten für dich. Es war zu langsam. Es war heute nicht klar. Es war eine dumme Idee. Ja. Ja. Die uns jetzt wieder ganz viel Zeit kostet. Ja. Wahrscheinlich wird es noch ein längerer Part als der vorher. Lass das. Sollt hat er Go jetzt. Ja, so will ich das sehen. Kann er mich mal nicht anfassen? Hallo? Soll ich mich angefasst hat. Ach gut, wenn jetzt ein Master Yi da wäre, wäre gut, ne? Tja, aber der ist ja leider wieder vorgerannt wie so ein dummer Doofmann. So ein dummer Master Yi, der schon mal tut. Don't. Neu. Wo kann der Schaden her? Du Opfer. Von Olaf? Wie viel Todesrückblick, wie mache ich das? Wenn du nur auf Klick für Todesrückblick klickst. Klick das aber immer weg. Wo kann der Schaden her? 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 Scharkettchen, mach was schönes. Ich mach sie schon, kein Problem. Du kannst dich erst in die Hüter machen. Fuck, warum ist der denn nicht aktiviert? Mein Schaden auf Doom. Weg aus dem Weg! Macht es jetzt, sonst bringe ich euch alle in die Ruhestätte des Friedens. So, das war der Part. Ich werde ihn niemals hochladen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss!